Konstanzes Kind Vorbemerkungen des Autors Es hatte den Anschein, als sollte der heutige Tag so wie der gestrige verlaufen. Doch dem war nicht so. Die Treppe zu meinem geheimen Rückzugsort in der Dachkammer war noch immer kahl und schmutzig und hatte Farbe nötig. Die ersten drei Stufen, eine scharfe Biegung nach rechts, dann die nächsten elf Stufen. Noch immer führten sie zu steil hinauf. Das Spinnennetz umrahmte noch immer die längst nicht mehr funktionierende Glühbirne der Deckenlampe, genau wie schon an den Tagen zuvor. Oben hineingezwängt in eine winzige Nische auf der linken Seite stand mit Blick auf den betagten Ahornbaum mein alter Tisch am kleinen runden Fenster. Die Schreibmaschine mit der gleichen klebrigen Taste, der alte Drehstuhl aus Holz mit seinem zerschlissenen Polster, auf dem sich die Umrisse meines Rückens abzeichneten. Alles wartete wie immer untätig auf meine Anwesenheit. Doch heute war es mir, als ob ich das alles zum ersten Mal sehen würde. Das Tonband, das ich heute Morgen auf meiner Türschwelle vorgefunden hatte, trug auf dem Umschlag nur meinen Namen. Als ich die Kassette mit den sich abschälenden Etiketten in das gleichermaßen in die Jahre gekommene Tonbandgerät einlegte, das ich gerade aus einer Kiste im Keller nach oben geschleppt hatte, ahnte etwas in mir, ja, wusste sogar, dass morgen alles anders sein würde. Eine Männerstimme ertönte, warm, klangvoll, sanft in ihrem Ton. Die Geschichte, von der sie sprach, faszinierte mich und beschäftigte mich noch lange. Ich halte sie für wahr. Sie ließ meinen angeborenen Zynismus verhallen und brachte mich dazu, alles zu hinterfragen, was ich zu wissen glaubte. Man wirft mir vor, ein Einsiedler zu sein, eigenbrötlerisch, nicht besonders gesellig. Ich bekenne mich schuldig. Aber ich bin mutig. Nicht alle Grenzen befinden sich in der Welt da draußen, einige davon sind in unseren Köpfen. Ich lebe dafür, das Unbekannte bekannt zu machen und sie, mein kostbarer und geduldiger Leser, daran teilhaben zu lassen. Nun lasse ich seine Geschichte beginnen. Elspeth Konstanzes Kind Erstes Kapitel Die Nacht der Tage Krach, 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 Krach Schläge von Hammer und Meisel auf Backstein Hier im Kohlenkeller unter der Reichskanzlei haben sich die Überreste des Machtzentrums eingefunden. Krach, Krach, Krach Zwei Soldaten klopfen ein zugemauertes Fenster auf. Wir warten demütig gegenüber den Naturgewalten. Nur die Vorsehung wird unser Schicksal bestimmen. Wer von uns wird leben, wer wird sterben, wer wird leiden, wer von uns wird unversehrt bleiben? Ungefähr 200 Menschen befinden sich hier im Untergrund, aufgeteilt in 10 Gruppen. Durch das Licht von zwei brennenden Fackeln kann ich nur ein paar wenige Gesichter ausmachen, die unter den Rändern der Stahlhelme fast nicht wiederzuerkennen sind. Wir vier Frauen, die sich noch in Berlin aufhalten und Hitler am nächsten standen, werden Teil der ersten Gruppe sein. Gerda Christian, Gertrude Junge, Else Krüger und ich, Constanze Manziali. Vor einigen Tagen hatten wir uns heldenhaft dazu entschlossen, freiwillig hier zu bleiben. Jetzt wollen wir endlich hier raus. Wilhelm Monke, ein geradliniger SS-Generalmajor, wird uns anführen. Ich schätze es sehr, dass wir in der ersten Gruppe sind. Hauptsturmführer Günsche ist bei uns, ebenso wie Botschafter Hevel, Admiral Voss und Obersturmbannführer Dr. Schenk, der dafür vorgesehen ist, auf uns Frauen aufzupassen. All diese Männer haben noch vor wenigen Tagen innerhalb einer riesengroßen Kriegsmaschinerie Befehle erteilt. Nun, da deren Hierarchie-Ebenen zerschlagen wurden, ist der Kampf zu einer persönlichen Angelegenheit geworden. Oberst Klingmeier, ein angesehener Kriegsveteran, gehört auch zu unserer Gruppe, außerdem einige SS-Soldaten, von denen mir gesagt wurde, dass sie im Gefecht gegen die Russen keine Neulinge seien. Ich kann es kaum noch abwarten, endlich wieder hinauf an die Luft zu kommen. Zu viele Leichen liegen hier in der Gruft. Es ist vorgesehen, dass wir um 23 Uhr aufbrechen. 15 Minuten vorher stößt endlich auch Generalmajor Monke zu uns. Vorkehrungen, die nach dem Doppelselbstmord der Goebbels getroffen werden mussten, haben ihn aufgehalten. Die beiden Soldaten, die das Fenster bearbeiten, verwenden Brechstangen, um die letzten Backsteine herauszureißen. Monke ist bereits nach oben gelangt. Wir kommen auf der Gebäudeseite Richtung Wilhelmstraße nach draußen, genau unter dem Balkon, den Albert Speer vor langer Zeit für den Führer gebaut hatte, damit dieser von dort oben seine Reden halten und gesehen werden konnte. Hinter uns hören wir Dr. Schengs Stimme. Raus hier, nach rechts, wartet auf die Gruppe. Monke, ein echter Kampfveteran, hat die nähere Umgebung ausgekundschaftet. Im Fackelschein des Kohlenkellers sehen wir sein Gesicht durch das Fenster auftauchen und wie er uns mit einer scharfen Handbewegung ein Zeichen gibt, welches bedeutet, kommt jetzt. Heute Nacht brechen im Ganzen etwa 20 Frauen aus, jedoch ist es für mich, für diese eine Frau, vom ersten Schritt an alles andere als einfach. Mit Mühe klettere ich über die lückenhaften, wackeligen und behelfsmäßigen Treppenstufen, wobei der Weg nur vom Schein einer einzigen Fackel erhält wird. Jemand schiefst